Es regnet hier an der Oberfläche Da oben sind Kisten, ich will da hin Kisten voll Gold Na hoffentlich Aber ich hab jetzt 1000 Pflastersteine Ich hab 900 noch was Erde Was haben wir denn hier drin? Da haben wir wieder ein Manipulator Ding 4 Ohre und 60 Pixel Hey Manipulator Manipulator Nippel Nippel Ding Nippel Geil Wir haben was mit Nippel verstanden Gold Lena wir sind gleich wieder draußen Ja Endlich Ich hab nur ne riesige Höhle gerade gefunden Das ist schlecht Oh Scheiße Oh ich hab Hunger Brauchst du noch mal was zu essen? Noch nicht Noch ist alles in Ordnung Oh Ich hab Eisen gefunden Er ist ein Paukorn Oh Scheiße Bibi wie siehts aus? Naja wenn sie sagt Oh Scheiße Ich will dir erst mal rauskommen Ich will dir erst mal rauskommen Oh Dankeschön Was denn? Ein Nieser nennt sich das Ein Pau Nieser Ja Okay dann rein Du hast ja gesagt Zwei Zwei Drei Zwei Eins Und Hallo Nett Willkommen zurück Bei Starbound Mit einer Kleinen Menge Gold Und meinen Schrein Weil ich mich grad vergiftet hab Äh Nicht gut Du hast dich vergiftet Du hast dich vergiftet Ja Ich hab aus Versehen Giftiges Fleisch gegessen Oh Cool Ja Was mir irgendwie so ein Vieh gegeben hat Keine Ahnung Hä Vielleicht solltest du das nicht essen Ja das soll aussehen Ganz normales Stück Fleisch Äh ich hänge fest Ja dein persönliches Fech So und ich hoffe dass wir In den Outpost kommen In dieser Folge Lass Ups Hier ist wieder Gold Das könnte noch ne Weite dauern Wir finden hier viel zu viel Loot Knochen Oh Mist Da ist der Scheiß Wipp Oh Gott Gott sei Dank Dankeschön Ah ich bin so gut wie wieder oben Sehr gut Yay Meine Nahe Das könnte... Bei uns könnte das leider noch ein bisschen dauern Nein Oh Kann man die ersten in die Pflanze? Tschüss Ja Warum wächst hier diese eine Setzling eigentlich nicht? Dabei Wirst du wieder oben? Ja Welcher Setzling? Was ist das? Ähm wenn du links von... Weiß ich nicht Was hast du gekriegt? Nix 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 Uhhh Nix 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 ACHTUS! 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 Lauf um den Leben! Ja, wir sind richtig, Reda, wir sind richtig! Äh, runter oder hoch? Ja, rechts runter! Wie, Alter, ii! Wie, ii, ii, was, ii? Naja, hier ist Slime. Ok, da bin ich nicht lang, dann gehen wir hier links runter. Ich bin doch nicht richtig. Ich bleib mal da stehen, wo ich bin. Kann ich da runter, oder? Nein, kannst du nicht. Also, äh, doch kannst du schon, aber du musst es halt richtig nicht machen. Ich bin genau zwischen den Felsspalten durch. Oh nö. Einmal Inventar sortieren. Nein! Du bist jetzt auch runtergefallen. Nein, ich lebe nur. Wohin, ey? So, warte. Da ist der Slime, der geht da links. Ich will kurz mein Zeug holen. Brenn! Nein! Brenn mit der Fallkappe! Gesundheit! Danke! Entschuldigung, ich habe irgendeine Art Allergie gerade. Oh Gott! Danke. So, jetzt habe ich ja wenigstens hier unten ein bisschen Licht. Jetzt brauche ich die Taschenlampe nicht mehr. Also, wir sind schon mal in der richtigen Ebene. Gesundheit! Danke! Wir sind schon mal richtig soweit. Zumindest auf der richtigen Ebene. Ich habe eine Starboard-Allergie. Ja, genau. Irgendwie sterben, oder? Nein, das ist immer mehr. Okay, das war nicht so nett. Ich gehe vor. Mach das nicht. In welche Richtung seid ihr gelaufen? Oh, sag das. Rechts raus. Okay. Du kannst dich auch einfach hoch und dann zu uns teleportieren. Das kannst du auch mal vom Schiff aus, weißt du? Ja. Weil ich muss mich jetzt auch zu Lena teleportieren. Ich bin eventuell gestoppt. Also, Lena geht da nicht lang. Oder springt da nicht runter. Denn da unten ist Lava. Nur Lava. Ich habe Musik dabei. Sehr gut. Okay, dann gehen wir mal nach links. Das sieht irgendwie nach Lava aus. Also, da wo ich stehe ist alles gut. Wo stehst du denn? Direkt unter dir. Warte. So, jetzt müssen wir hier den Weg rüber bauen. Auf dem Weg zu unserem Loot. Gesundheit. Alter, ist richtig schlimm. Dankeschön. Okay. Greif mich nicht an, du hässliches Tier. Äh. Baby, teleportierst du dich zu uns runter? Tetierst du uns? Äh, ich wollte jetzt hier noch ein bisschen gucken, ob ich da noch ein paar Lianen sammeln kann. Ja, aber so. Na, ist okay. Ist okay. Ich habe kein... Alter, hier ist Sonnteil. Noch einmal, gell? Und du zahlst. Hehehehe. Oh my god. Aber weißt du was das Schöne ist? Wenigstens habe ich mal die Sonnenbrille noch. Diese Katzenohrbrille. Ja. Aber ich habe echt leider keine mehr. Oh, ich habe keine Ohren mehr. Ah, dankeschön. So, das... Kunst! Da. Nein! Ich spring natürlich genau in das Loch. Ist das nicht unter uns irgendwo gewesen? Nein, direkt hier unter uns ist nur Lava. Wir müssen nach oben. Stück. Äp! Wir müssen hier hoch. Du hast auch keine Blöcke mehr? Nope. Das ist schlecht. Au, aua, aua. Oh! Ich warte auf dich. Mach die kurz weg. Ah, diese Kackpflanze. Da haben wir leider... Peter, pass auf, du stirbst uns gleich. So, dich nehme ich auch noch mit. So, das ist meins. Ja. Arschlochpflanze, Arschlochpflanze. Arschlochpflanze. Ich kann mir auch echt... Heilsalbe kann ich mir nicht machen, ey. Ich habe keine Pflanzenfasern. Bibi, es wäre unfassbar lieb, wenn du gleich wieder so nicht runterkommen könntest und mit Mediplex ausstatten könntest. Ja. Ich habe ein Zelt. Ich setze mich jetzt in dieses Zelt. Stimmt, Lea Elena, du bist... Verdammt. Richtig klug. Dankeschön. Dass wir den Scheiß da wegmachen. Ah, Schlaf ist gut. Und ich reagiere gerade so auf die Schokolade, die ich gerade esse. Schnacke! Ich erhalte dir wenigstens mal ein bisschen die Zeit. So, ich komme sofort runter. Ja. Ja. Stirb! Bibi, töte ihn! Töte ihn, bitte! Schnell! Ich bin sofort da! Töte ihn! Er quillt mich! Das ist voll drin! Boah! Was machst du denn mit, Lena? Das wirst du gleich sehen, wenn du da bist. Geh ins Zelt und sei leise! Ach, Gott sei Dank. Töte ihn! Töte ihn! Er ist tot. Gott sei Dank. Hey! Höfst du das Zelt abzubauen! Ich muss mich jetzt ganz schön stark hoch halten. Ich muss mal momentan gucken, ob ich überhaupt was zu essen habe. Ich habe nichts zu essen. So schnell weg, Bibi. Ja. Bibi, hast du zu essen dabei? Ja, kommt drauf an, was ihr wollt. Hast du viel zu essen dabei? Fangen wir so an. Boah, das war so... Da, Boah! Hallo! Äh... Ein bissl was, ja. Ah, okay. Noch brauche... Noch brauche ich es nicht, aber Lena braucht es. Scheinbar. Oder hast du gerade was gegessen? Ah, nee, das hast du, Bibi. Ja. Bibi hat gepiepiept. Gepiepiept. Ich habe gepiepiept! Bibi? Ja? Bist du dabei? Ich bin dabei. Ja, warte. Bis zum Beispiel... Wie ist es ihm? Multip que Гuis Damnよ. Nöööööööh... Töte ihn und gib mir das essen... Nöööööö'ööööööööööööööööö töte ihn und gib mir das Essen... Aua. Hast du's? Ja, ja, ich muss mal gucken. Wie viel hast du denn gegeben? 23. Ja, das reicht. Dann gehe ich noch zu Lena, so. Machen wir das mal da oben rein. Das ist nicht gut. Ah! Gott! Lauf, leh, 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 leh. Lena, bist du da? Ich bin hier. Hast du's genommen? Äh, links, nicht links. Danke, 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 danke. Bitteschön. Das war sehr cool, Lena, was du da gemacht hast. Ey. Ja, das ist jetzt auch nicht so cool. Geil, äh, warte, warte, warte. Ja, bau doch halt oben weg, Mann. Nur am Nörgeln, der Typ, ey. Ja, ey, ey, war gar nicht dafür, dass du so Kacke baust. Ich weiß nicht, ob wir links und links lang sollten oder oben lang sollten. Der Lohn ist unermesslicher Loot, wenn wir jemals hinkommen. Naja, der Lohn... Das Problem ist, ich weiß nicht mal, ob das rechts, äh, links lang ist oder ob's rechts lang ist. Ja, hervorragend. Ja, ja, natürlich. Woher soll ich denn das wissen? Und nein, bestimmt nicht. Nee. Äh, 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 äh. Ja. Naja, das ist ein bisschen Gold. Bibi ist durchgehend im Inventar. Nein. Äh, Lena ist durchgehend im Inventar. Ja. Warum? Woran siehst du das? Äh, weil das Inventar-Symbol über dir ist. Achso. Ja. Die machen wir mal weg. Diese Menschen wissen einfach alles. Jetzt ja nicht... wir spielen das ja nicht jetzt seit gestern. Was? Wie weh? Ja. Die ist irgendwie warm. Ein bisschen, ne? Ja. Und ich heil mich mal ganz schnell. Oh, bevor es mir noch heißer wird. Oh, erstell die schwitzige Brüste. Nein, verdammt. Genau, die schwitzige Brüste. Achtung. Verdammt. Weg mit der Lava. Weg mit der Lava. Heier! Brüste. Nein! Nein! Fuck, der kommt auch raus. Nein, nein, nein! Nein. Ah. Dein Loot ist weg, den du jetzt dabei hattest. Naja. Bibi, wo bist du? Ich bin auch da. Ah, du bist irgendwo über mir. Oh, ich hab jetzt keine Lust. Hallo. Könntest du mir einen Gefallen tun und die Böcke bitte nicht übereinander setzen? Ja. Sonst kommt man da nicht hoch. Ich bin mir jetzt einfach runter. Keine Lust mehr auf Höhle, ey. Das ist auch der Premiere. Ah, ich will, nein, ich will meinen Loot haben. Ich versuche meinen Loot zu kriegen und entweder ich finde es in der nächsten Zeit oder ich finde es nicht. Wir haben uns irgendwo hochgebuddelt. Äh, kurz eine Fackel gesetzt. Mit der falsche Anstattung. Was? Ich hab kein Wort verstanden. Nimm den Schwanz aus dem Mund. Oh ja. Ach ja, da. Ich will nach oben. Du willst nach oben? Ja. Ah ja. Da wird auf die Tastatur und auf die Maus gehämmert. Der hat kein Wort. Nein, mir ist warm. Hä? Hier ist, was? Achso, sie brennt wahrscheinlich, oder? Achso. I'm on fire. The ring of mine iron. The ring of mine iron. He, it's on fire. Es macht mich geil. Oh Gott. The ring of mine iron. Der Song in Vivis Eier. Oh ja. Wir haben auch Gefühle. Der wird überall in den Charts. Hm? Der Song. Ist das? Ja, natürlich. Das ist Vivis Song. Achso. Wow. Okay, ich habe Angst, da runter zu... Das war knapp. Du Allah. Lecko mio. Nein. Toll. Ich spring trotzdem in die Lava, weißt du? So will ich vorhin. Nee, lass mal schwimmen. Der Ring und seine Füße. Nein, tot bin ich nicht. Wieso? Meine Füße. Du bist reingesprungen. Arschloch. Scheiße, habe ich noch ein bisschen... Ja, ich habe doch einfach ein Problem. Äh, so. In der Hoffnung, dass ich endlich mein Luf... Kann man von, ähm... Wenn ich jetzt irgendwelche Hasen töte, kriege ich davon Fleisch? Nee, ne? Nein. Nö. Ja, aber logisch. Die Hasen kann man töten? Ja. Kannst du diese Tiere töten. Oh. Ganz aber nicht verdient. Äh, doch. Der Hasen hat es verdient. Ich will nicht so Enten wie Sam. Nicht alle. Und niedliche Tiere tötet. Okay, ich bin in der nächsten Schlucht angekommen. Das stimmt doch gar nicht. Achso, ich kann hier einfach runtergehen. Okay. Lena, ich bin beim Loot. Ja, ich habe es gehört. Ich weiß aber gar nicht, ob ich dahin will. Du musst nur einsammeln. Nicht schwitzige Brüste. Verfackelogen. Ja, komm, mein Bruder nicht. Du hast mich einfach gekillt. Du Fotze, ey. Oh, das hat er nicht gekillt. Der hat die mich eiskalt gekillt. Als ich mir den Brot... Berechtigt. Vollkommen berechtigt. Als du mir den Brot unter den Füßen weggegraben. Vollkommen berechtigt. Ey, das sehe ich anders. Ich sehe es nicht anders. Gut gemacht, Lena. Okay, dann kriegst du halt nicht dein Schwert. Danke, Ekel. Bist du noch unten, Lena, oder bist du auch schon dort? Nö, ich lebe noch. Gut, hi. Dann bin ich wieder. Hm, mal schauen, wie lange. Nein, Quatsch. Aua. Einmal reicht. Aber das Problem ist, ich habe jetzt wieder keine Steine. Die komme ich jetzt hoch. Nein. Gar nicht. Scheiße. Ohne zu sterben. Wo bist denn du gestorben? Da, bei euch unten. Ja, klar. Da komme ich aber nicht wieder hin. Ich habe keine Steine. Lena, kannst du, wie ich es gut holen? Hä? Ich habe keine Steine. Ich spiele mich mal zu Lena. Oh, Mann. In die Richtung, oder? Irgendwie hier unten, ja. Ich habe auch keine Steine. Ich kann es auch nicht mehr holen. Scheiße. Fuck. Weißt du, was wir die ganze Zeit nicht mehr gemacht haben? Mhm. Äh, mal den Hintergrund abzubauen. Hab ich nur öfters mal gemacht. Dann hätten wir viel mehr Steine. Gut, Idee. LOL. Äh, Lena, guck. Siehst du das? Nö. Ich kiege es. Ja, ich kriege gerade 61.000, 122.000, 245.000, 491.000 Schaden. Was? Ja. Guck. Schau es dir an. Nö, guck. Alter, was? Was? Wie, wie, guck dir das mal an? Hab ich schon gesehen. Äh. Du bist eigentlich tot, ne? Ja, jetzt bin ich tot. Weil ich aufgestanden bin. Ich lag im Zelt. Und das Zelt ist anscheinend genau auf dem Lava-Platz. Oh, Alter. Ich klebe. Ist ein bisschen warm, du. Mhm. Hm. Ach, Arschbackenkühl. Mhm. Wie geht das denn? Ja, ich hab mir den Ventilator genau neben meinen Arschbacken gestellt. Ich bin ein Arschbackenklimb. Ah, ich geh zum Zelt. Scheiße, wo war jetzt genau mein Loot? Ich hol mein Loot jetzt auch nicht mehr raus. Das ist mir jetzt egal. Das ist schade. Das tut weh. Weil das war so viel geiler Stuff. Ja, ich sterbe jetzt auch einfach. Ich mag mich mehr. Ich gebe auf. Ich mein, hat ja nur 23 Minuten ungefähr gedauert jetzt. Hm, den Loot zu sammeln. Ja. Suchen. Ja, verliebel. Dann würde ich tatsächlich einfach sorgen. Dann beenden wir die Folge und dann gehen wir mal zum Oddboss. Ja. Komm, ich sterbe. Wenn die Bibi ihr Loot hat. Und sich hochgebuddelt hat. Oh, aua. Alle Kudeln, was tut denn da? Ja, stimmt. Ich muss mich hochbuddeln. Ja, oder du lässt deinen Loot da auch noch halt liegen. Bis mitnehmen. Ich hatte über 1000 Erde. Und Medi-Kids und über 700 Pflanzenfasern. Warte. Wow. Welchen Bettnam hast du, Sam? Ich hab gar keinen. Oh, scheiße. Ich bin ganz unten in der Lava gelandet. Ich auch gerade. Oh nein. Ich komm jetzt nicht mehr runter, gell? Nee, also wenn du ganz unten in der Lava gelandet bist, kannst du deinen Loot vergessen. Also da, wo nur noch Lava ist. Ja. Dann kannst du deinen Loot vergessen, dann kommst du nie wieder hin. Ja, da hatte ich meinen Loot aber nicht. Ja okay, aber ansonsten musst du jetzt halt gucken, dass du dich da irgendwie wieder runterbefrudelst. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann gehen wir zum Outpost und suchen erstmal unseren Loot und dann machen wir weiter. Ich würd sagen, Sam, unser Bandname ist Ufo. Kleingeschrieben. Dir brauchst du den Song? Mach einer. Äh, dann würd ich... nehmen wir mal... ich mach mal irgendeinen. Komm, hier den. Liebesträume. Wtf. Muss ich da was wissen? Hechtelmessel... Da-ba-la. Gut wahr. Auf geht's zu den Beibern. Oh, ne. Hau einfach ab. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Wir sind ne Band. Geh weg. 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 nur album nein 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 sparen sie für hilfs nötige kinder wenn sie album kaufen nein nein wir sind ganz schnell ist scheiße was flöte sie ich werde gequält baby bis die nächsten folge wiedersehen